Was geht ab, liebe Kampfspot-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, NoTimeMMA-Freunde. Der Kampf Jair Rodriguez vs. Max Holloway war einer der besten Kämpfe überhaupt. Dana White, der UFC-Boss, sagte ebenfalls nach dem Fight, es war einer der besten Kämpfe, die er jemals gesehen hat. Ist auf jeden Fall auch meiner Meinung nach ein potenzieller Fight-of-the-Year-Contender. Kann man auf jeden Fall so sehen, wie viele Strikes da von den beiden gefeuert wurden, war einfach nur abnormal, fast 400, Freunde. Und das ist wirklich eine brutale Zahl und man denkt, okay, Max Holloway hat wieder komplett dominiert bei diesen Striking-Zahlen. Aber Jair Rodriguez hat genauso viele, beziehungsweise ich glaube 15 Strikes weniger oder sowas als Max Holloway, ungefähr 185 und Max hat über 200. Also es war wirklich einfach zu, zu krass, diese Performance von beiden. Denn Jair Rodriguez war zwei Jahre nicht am Start und hat dann gegen Max Holloway so einen Kampf abgeliefert. Er hat Max Holloway zu einem Wrestler gemacht in der dritten und vierten Runde. Diese Runden ging klar Max und die zweite hätte man auch auf jeden Fall Max geben können. Aber die erste habe ich Jair gewinnend sehen. Die erste haben viele auch Jair in einer von der C9 gegeben. Ja und die fünfte war auch sehr, sehr stark. Aber letztendlich war es ein legitimes 48 zu 47 für Max Holloway auf den Scorecards. Und es war einfach ein super, super krasser Fight. Der Fuß von Jair war komplett gebrochen. Der war richtig, richtig schlimm angeschwollen. Auch die Füße von ihm nach diesen ganzen Kicks, die Max Holloway gefressen hat und die er natürlich auch gefeuert hat. Diese Calf-Kicks. Er hat ungefähr 40 Calf-Kicks bei Max Holloway abgefeuert. Und dieser hat immer noch weitergemacht mit seinem Gameplan. Ist nach vorne, man steht halt so gut an, als wäre nichts. Und ja, hat auf jeden Fall ordentlich Probleme bereitet. Max Holloway war einfach an diesem Abend trotzdem der bessere Mann. Aber ich bin so gespannt für die Zukunft von Jair Rodriguez. Der könnte auf jeden Fall auch irgendwann möglicherweise Champion im Federgewicht sein. Mega krasser Fighter. Habe ich aber auch schon vorher gedacht und gesagt. Und ich fand es einfach sehr, sehr schade, dass er zwei Jahre jetzt nicht gekämpft hat, weil er halt unbedingt den Titelkampf wollte. Conor McGregor hatte gestern auch darauf reagiert gehabt. Und natürlich auch mit diesem Video, wo er jetzt so vor dem Bildschirm von Max Holloway's Kampf da einfach so ein bisschen ist. Hin und her gelaufen ist, sich so ein bisschen hat pushen lassen. Also unbedingt so ein bisschen teasen wollte, dass er möglicherweise den Kampf gegen Max Holloway da bestreiten will. Und ja, ansonsten hat er auch noch vor dem Kampf gesagt, dass Max Holloway ganz bestimmt nicht der Kämpfer ist, der der beste Boxer ist. Einfach aus dem Grund, weil er der Fighter ist mit den meisten absorbierten Strikes in der UFC, die er halt jemals bekommen hat. Dafür muss man aber auch sagen, dass Max Holloway dafür aktiv in der UFC die ganze Zeit am Fighten ist. Also ich weiß nicht, ob man diese Stats wirklich so in Relation setzen kann mit dem, was er halt auch dafür leistet im Gegenzug. Ansonsten sagt er einfach, dass er ganz bestimmt nicht der beste Boxer ist. Und Max Holloway hat nach dem Kampf auch darauf reagiert und hat gesagt, dass Conor McGregor undefeated ist. Also ungeschlagen. Einfach aus dem Grund, weil Conor McGregor ja sagt, ja nur Knockouts zählen, nur Finishes. Deshalb ist meine Bilanz einfach noch zu Null in der UFC. Das war vor dem Poirier Fight. Und dann müssen wir mal eurem Mann in die Kommentare schreiben. Dana White sagt, ein Kampf zwischen den beiden wird niemals zustande kommen. Beziehungsweise jetzt gerade erstmal nicht, weil Conor McGregor eh noch verletzt ist. Schreibt mir eurem Mann in die Kommentare, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time MMA.